So, liebe Freunde, da ich jetzt meine MG habe, können wir jetzt loslegen. So, jetzt lassen wir uns wieder patchen und dann hoppen lassen. Ja, will sonst noch wer mit? Der eine hat sich schon anders überlebt. Wir fahren jetzt. Ja, weil wir eins waren. Boah, ist ja Party. Wir wurden heute gewählt, ich glaub's nicht. Warte mal aussteigen. Da kommt ein Flugzeug. Alter, eine Stimmung hier im Laden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hohoho. Hohohoho. Ei, ei, ei. Na, kriegen wir's noch? So, wenn jetzt uns einen Deutscher entgegenkommt, dann haben wir ein Problem. Hohohoho. Der wurde eiskalt übermannt. Boah, MK2. 1, 4 Kills gemacht. Wahnsinn. Sehen Sie gleich links den Panther, der uns gleich über den Haufen ballert. Klappe zu, Affe tot. Bam. Was kriegen wir noch? Der steht wieder, jawohl. Nein. Eine Frage, wo ist denn hier und der Feind? Mach nix. Wir sporen ein. Wir fahren noch. Keine Terlamine, keine Terlamine, keine Terlamine. Ja! Bis jetzt noch nicht einen Menschen erschossen hier. Dick angeben, er hat ein neues MG und keiner ist da. Da 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 da. Enemy entbound, enemy, 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 BAMS. Jawoll. Den lässt überfahren. Hey. Koranate. Ei, ei, ei. Alle da? Heil dich schon mal. Ich bin schon hier. Wo bist du denn hier? Hier bin ich. Wo ist ihr Kfz? Wo ist mein Kfz? Wo ist ihr Kfz? Wo ist mein Kfz? Meinst du? Ihr ist auch? Was ist das denn? Ja, kümmert euch nicht drum. Hier war Roland in dem Punkt ein. Jawohl. Und natürlich, der Kübelwagen mähte mich nie da. Wie läuft's dann auf der D-Seite? Bescheiden. Ah ja, war ja klar. Da steht schon wieder einer in Spawncamp. Den rotz ich jetzt über den Haufen. Ist er denn? Da ist er. Jetzt komm her, ihr. Ja. Na ja, wollen wir wieder. Ohne Miracle-Wim. Ohne mich. Ja. Die Beiwagen-Fotorat hinterher. Drei Mann. Oh. Jawohl. Alle über den Haufen gerotzt. Rum um die Ecke. Jawohl. Das rollen wir alle weg. Wer will noch? Hä? Wer will ich aufs Maul haben? Alter Vater. Kam da gerade ein ganzer kompletter G-Bahn? Johnson for the win. ja 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 da wird hier los ist es ja der partie in dem verein alter vater hier geht die moni aus ich muss die ep 40 meine damen und herren wir können zurzeit kein mg mehr gebraucht weil wir jetzt ein headshot bekommen und jetzt wieder munition haben 19 2 hier ist eine party auf dem platz ist es ja unglaublich heute ist nicht alle tage er kommt wieder keine frage telemine das war knapp da bin ich wieder hinter mir die sind doch nicht wahnsinn der ist links hinter der wand schwierig zeit das nennt man einen taktischen rückzug wir sind angeschlagen wir brauchen erstmal first aid und dann kommen wir wieder und das jetzt so eine clevere idee ist bei die 30 zu heilen werden wir gleich merken wunder geschehen das ist jetzt zum gelaufen ich bin weg packen auf laufend die zwei wiederholen und wenn wir um uns im dritten an und wenn wir um uns im dritten an und wenn wir um uns im dritten an gucken wir mal gucken wir mal wo ist einer gucken wir mal wo er einer guck mal wo er einer ich habe ja schon schon neue munition drin also dies ja schon ganz modifiziert ganz stark wie habe ich das gefühl kommt der kübel ich stelle gerade fest man sollte mit dieser waffe etwas mehr munition mitnehmen ansonsten könnte das enge werden ich glaube jetzt kommt ein kübel und ich glaube die mögen mich nicht hinter mir ist noch eine 22 einfach nicht mein tag heute jetzt hat er es geschafft nicht von hinten es sind einfach zu viele ich krieg das mal wieder nicht gehalten wo dann ist wieder mal feuer feuer wir wir haben uns heute hier zusammengefunden um deine gedärme an den mast zu nageln und wenn wir die d-line noch ganz lange so halten ich komme auch gleich verbrauch verbrauchst du sprach schön dass er heute auch noch kommt nicht um alle kümmern ja kopfschuss was denn sonst kannst du auch noch jemand anders anschießen mein gott die scheiße ausfliegen schlicht die eine ist die andere ich könnte mich auch mal ein bisschen anstrengen ja der freut sich doch jetzt schon dass er mich sieht der freut sich doch jetzt schon dass er mich sieht wenn heute ist nicht alle tage ich bin wieder da keine frage ach nee dada 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 es sind erstaunlicherweise keine panzerne Ach, aber dieser Granatenswap, wie ich das hasse. Wer hat da klopft? Nein! Panzerfaust for the win? Du hässlicher kleiner Wichser, wenn ich jetzt um die Ecke komme. Na schnell Wittchen, alles klar oder was? Ei, ei, ei! Jawoll! Panzerfaust 60! Applaus, meine Damen und Herren! Mit 8 Deutschen haben sie es dann geschafft, mal den Jugo Roland über eine Tank zu jagen. Es ist ja wieder unglaublich. Ja. Na, 40, 5, 40, 5, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. D2. Und der nächste Anlauf beginnt und die Messerschmitt kommt. Genau, fahrt mal schön nach E. Ich hab heute nichts besandet, ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ich will ganz in dir übergehen. Alles, was ich an dir mag, ist, wenn er sich das irgendwie sagt. Lalalalalalalala. Ei, ei, ei! Kralatsbim. Ich bin rot und gleich tot. Lalalalalala. Aber die D-Line darf nicht sterben. Lalalalalala. Ja, äh, da sind wir doch mal wieder den Deutschen ganz klassisch in die Parade gefahren. Hallo. Ei, ei, ei! Jetzt sind wir hier gerade harten Spam gemacht. Das war jetzt ungünstig. Es geht ran. Ja! Jawoll! Ein Schuss noch und ich lieg lang. Jawoll, ey! No risk, no fun. Oh oh! Die drei Freunde von der Tankstelle kommen. Aber ey, du fucking Gäser. Wir haben jetzt zwei wieder. Granat Spam. Jawoll! Perfekte Granate geworfen. Wie immer. Jetzt wir ja nun mal kurz anhusten müssen, hätte auch noch gar nicht. Aber hey! Okay. Ja, äh, ne? Also die ersten zwei mit Hotz zusammen habe ich mehr Kills als mein restliches Team zusammen. Naja, ist doch mal. Ne? Ist ja nicht so, als wenn ich ein paar mehr Punkte hätte als der Rest des Teams, aber ist ja egal. Oh, ey, davon vier von fünf Seiten, wie 20 Leute, die da stehen. Unglaublich, ey. Also ich hätte mir jetzt hier eigentlich, ich hätte eigentlich mit Hauptbesetzung hier, mit Topbesetzung ansetzen müssen. Ich hätte mir hier Karabiner kurz mitnehmen müssen und alles Mögliche. Also hier jetzt hier mal ganz schnell, ey, komm, wir zeigen mal das neue LG rum. Na klar. Oh. Hurra, hier bin ich wieder. Tera. Aber ich glaube, diesmal rette ich D-1 nicht. Obwohl. Oh, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Pesslicher, kleiner Granatenwixer. Nein! Noch eine Granate? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich fahre jetzt nach D1. Fahr, 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 fahr! Los, 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 los! Oh, nee, hat D1 gesichert. Wieder nach D2. Rücken geschossen. Headshot, headshot, rufst aus dem Wald. Hier kommt der Hero, hier kommt der Hero. Headshot, headshot, rufst aus dem Wald. Da sind wir wieder. Oh. Nur das ist ein Spiel wie mit der Parabellum. Ein Marunum Kurve, oh la la, Pizar wunderbar. Oh, scheiße, Alter, what the fuck. Links steht ein Sniper, vor mir stehen nochmal zwei Mann. Alter, ist die ganze Bude voll. Ich will zu meiner Mami. Geh nach Hause. Husch, geh weg. Alter. Alter. Geh weg, du schickst. Gentlemen, ihr werdet diesen Tag nicht vergessen. Wenn die Hero Roland vorbeikamen und ich heilige Klatsch hat. Ah, so lange gesnipert. Jawohl, bis er irgendwann um die Ecke geguckt hat. Der, Granat-Spam oder Sniper, anders kriegen wir es nicht hin, anders kriegen wir es nicht. Nein, warum denn auch? Oh, das wäre jetzt die Sensation, wenn die Hero Roland in U1 reinläuft und die Sache klärt. Aber vorher werden wir natürlich vom D4-Turm vom Sniper angeschossen. Fünf Euro. Na, wer wettet? Laufen, 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 laufen. Komm, zieh, komm ein und spring. Hüpf. Da ne, wenn. Da ne, wenn. Sperrfeuer auf dem Turm. Ich hätte es schon, please. Danke. Oh, komm schon. Leute, die D2- Äh, U2-Helten sind cool. Bitte. Für den Roland. Hallo. Ach, hey. Jetzt kommt er mit dem Gewehr 43 wieder. Noch ne Runde. Da kommt doch immer noch einer rum. Da wird bestimmt gleich wieder einer in die Parade fahren. Ah, das könnte jetzt ne Fehler gewesen sein, von der D-Line wegzugehen. Naja, komm. Erstmal versuchen wir die Kirche. Wir haben ja auch erst 1500 Punkte. Wir haben ja erst dreimal so viel wie meine anderen Freunde. Oder aber ist doch egal. Ne? Hey, ab in die Kirche. Natürlich, es ist wieder so klar. Nur einen Schuss Headshot. Na klar. Was denn sonst? Ja, unglaublich. Wahnsinn. 60 Leute haben einen Haufen geschossen und der kommt und macht einmal kurz einen Schuss mit der Pistole. Und ich bin tot. Alles klar. Würde ich ja auch mal können. Habe ich nie mal mit der P-38 geschafft? Nö. Ich muss ja immer dreimal drauf schießen, bis einer umfällt. Aber das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein, weil jetzt kann ich hier doch mithalten. Hey, mein Freund. Hauf auf zum Duell. Ach, immer Panzerfaust 60 aus dem Pussyhafen. Kriegen wir jetzt das oder kriegen wir es nicht? Wie ist das aus, Hase? Habt das? Ey. Ich... 5 Euro Sniper. Ha. Komm, den hast du. Ich verlasse mich drauf. Ich sage jetzt nicht, du hast ihn nicht. Alles muss man selber machen. Willst du, dass etwas richtig gemacht wird, dann mach es selber. Und Headshot Sniper. Sniper, wo ist er? Komm schon. Jetzt hätte es sich mal gelohnt. Ach, na ja. U2 Kirche. D3 Hierro Roland. Das ist aber schwein gehabt, du. Ich komme wieder. Gut gemacht. Das ist unser Verein. Der macht hier... Der macht hier... Alles zu gut gemacht. Ach, diese hässliche Messerschmitt. Sehr hässliche Messerschmitt. Hässliches Ding. Ein hoch auf den Verstellschüssel. Alles nicht geht, aber schon mal die Granate gezückt. Der sitzt mit der Granate im Busch, der andere sitzt der Granate hier. Dann eine Granate, Granate, Granate. Granate, Renate, Renate. Oh, da kommt die Messerschmitt, dann fahren wir doch nochmal eine Runde. D4 bereit oder nicht, ich komme. Ich fahre mal eiskalt dran vorbei, wenn es ihn nicht stört. Meine Damen und Herren, wir registrieren mal zur Zeit, dass wir keine Munition mehr haben. Bitte wahren. Die Munition wird geladen. Die Vierenturmen werden jetzt gesichert. Kein Life mehr. Für rübergehende Heilung benötigt. Zur Zeit gerade nicht verfügbar. Kommt keiner, sehr schön. Ein Punkt. 70 Kills. Naja. Hätt besser spielen können, ne? Was sagst du? Ja, ne? Hätt besser spielen können. Ja. Wollen wir mal zu dazu? Ja, ich hätt mich anstrengen können. Das ist traurig mit mir, ne? Ich weiß. Ich bin eine Schande für die US-Army. Und ich bekomme einen Headshot. Nein, doch nicht. Das ist ja nicht mal mein Wagen hier. Ach ja, stimmt. Mir gehört das Motorrad. Ach. Mein Gott. Wozu guckt ihr denn alle zu? Wenn ich mir vorher immer schreiben könnte. Oh la la la. Bizarre wunderbar. Ja, so sind wir auch wieder. Hallo. Kommen wir nun zu O1, nachdem wir uns endlich den Weg freigekämpft haben? Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns noch nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rüber gehen. Alles, was ich angeht… Alles ist… Alles, was ich angeht… So, jetzt du darfst dort stehen und kämpfen. Roland geht runter und kämpft vor Tür und wartet reingehen. Schick diese abscheulichen Pästchen in den Abgrund. Wie war der Panzerschreck? Wir holen die Panzer weg. Ist doch gar keine da. Du kommst hier nicht rein. Eieiei, da kommt ja noch einer. Oh, Granatenspam! Granatenspam! Lauf, wenn, lauf, wenn, laufe ich die Treppe hoch, ich bin noch gar nicht hoch. Ja. Ne? Ich will ja nicht mehr gerne, aber da ist schon wieder einer. Ich geh voran. Ach ey, den jetzt haben wir auch haben können. Hallo! Daneben, wenn man mit dem Panzerschreck nicht trifft, ist das schon dumm. Hüpf! Unheilung! Ah, ich will ja nicht, ich will ja noch nichts vorsagen, aber stinkt hier nach 100 Kills. Stinkt förmlich danach, es könnte noch was werden. Aber wenn man sich nicht anstrengt, dann wird das auch nichts. Er Major sauces nicht nur noch, anschau so. Wow, deutsch. ralbe Rashm Inserülium 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 ich habe ihn gut vorbereitet übrigens ich bin nicht in der lage jemand auf der auf der treppe sitzt jetzt schon zu verpassen und fähigkeiten ist das wahnsinn da kommt einer ja wieder mal sind wir durch einen headshot zu töten was denn sonst und wenn wir jetzt uns 1 verlieren das ist ja ich komme ja schon wenn das spiel ganz sicherlich nur verliert wenn wir jetzt so 1 verlieren ansonsten ist das nicht mehr zu verlieren wir leicht wurde das könnte ich jetzt auch nicht beziehen muss ich aber nicht mein team hat toll gespielt alle die mehr als 1000 punkte haben haben echt klasse spiel gemacht und da kommt schon der erste mit der granate in die ecke gelaufen und da sind wir wieder ja 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 C96, wo du winn? Das war knapp, aber hey, wen interessiert's am Ende? 10, wer gewonnen hat. Laufen, laufen, laufen. Und noch so, der ist glücklich. Wie so ne Gluck. So. Und jetzt wird hier verteidigt, bis der Arzt kommt. Das Ding nehmen wir jetzt mit nach Hause. Und ich herkämpfe, bis der Arzt kommt. Jajaja. Wo ist er mein Team? Ach ja, nicht da. Stimmt, die sind alle bei O2. So wie jedes Mal. Ich muss nur hinten stehen und warten. Dann ist das Spiel automatisch gewonnen. Kenn mehr. Ja. Frag dich nicht, was dein Team für dich tun kann. Sondern was du für dein Team tun hörnst. Wieso weißt du, wenn du nicht so'n Schnau'n? Jetzt trau' mich nicht nach vorne. Nachher verlieren wir. Feigling, ne? Nur Camper-Kills gemacht. Beschämter. Es ist so klar. Jawoll. Und die Messerschmitt. Perfekt gebombt. Äh, klasse. Einfach nur geil. Kurz bevor ich da wieder reinlaufe. Ich sage, ich darf da nicht rausgehen, Leute. Ne, ihr müsst da bis zum bitteren Ende stehen bleiben. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich steh' da fünf Minuten drin. Es passiert nichts. Ich geh' einmal kurz raus. Zack. Bomb auf den Kopf. Ja. So. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, und jetzt schon wieder Teufel komm raus. Jetzt darf ich den Zweikampf nicht verlieren, wenn ich da jetzt reinkomm. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Komm, 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 mach, 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 mach. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja. Und den wichtigsten Zweikampf. Er hat den wichtigsten Zweikampf im Spiel gewonnen. Spiel ist verloren. Ja. Ich sage euch, es bringt einfach nichts. Man muss wirklich bis zum bitteren Ende in einem Gebäude stehen bleiben. Sonst hat man keine Chance. Ja. Absolut schlechtes Spiel. Keine Chance zu gewinnen. Alles gegeben und trotzdem wieder mal verloren. Mit fast 90 Kills muss ich sagen, der Gegner war Haushoch überlegen. Ja. Das MG ist gut, keine Frage. Aber, ja. Reicht nicht, um zu gewinnen. Ja. 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 Ja.